28. Januar 2019 15.56 Uhr verlässt Hertha BSC nach zwölf Jahren, Fabian Lustenberger Fußballprofi Fabian Lustenberger verlässt nach zwölf Jahren am Saisonende Hertha BSC. 29. Wie der Berliner Bundesligist mitteilte, kehrt der Ex-Kapitän und Mittelfeldspieler in seine Schweizer Heimat zu Young Boys Bern zurück, ich bin und bleibe Herdana, aber für mich hat sich jetzt eine Chance geboten, die ich einfach annehmen musste, sagte der dienstälteste Hertha Profi, dessen Familie schon seit längerem in der Schweiz lebt. 30. Beim Schweizer Meister unterschreibt Lustenberger einen Drei-Jahres-Vertrag mit einer Option für ein weiteres Jahr. Punkt. Der 30 Jahre alte Lustenberger kam im August 2007 zur Hertha und erzielte in 207 Bundesligaspielen drei Tore. Punkt. Der 30 Jahre alt.